Egal wo, es ist Deine Party. Nicole, jetzt sitzen wir hier auf dem Stuhl, wo Kiriakos und Co. sitzen. Was sagst du hier zu der Eintracht-Kabine? Das ist der Hammer. Es ist echt edel, schick, schlicht gemacht. Also eigentlich das Beste für unsere Jungs, um sich vor dem Stuhl gut auszuruhen. War das denn sozusagen jetzt auch mal Dein Traum, hier in der Eintracht-Kabine zu feiern? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen, es ist einfach nur der Hammer. Fliegestimmtsstellung hier, Fliegestimmtsstellung hier. Wenn I'm on the way, the time pool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, I said that you're from the start. Eintracht Frankfurt! Eintracht Frankfurt! Eintracht Frankfurt! Eintracht kommt nach Hause! Eintracht kommt nach Hause! Mädels, wie ist es in der Badewanne vom Eintracht-Star? Geil! Einfach nur der absolute Hammer! Es ist so unglaublich, da hinten das geile Partyquadrat in der Umkleidekabine der Frankfurter Eintracht. Und hier, wo sie alle ganz gemütlich im Moment noch rumchillen, in der Badewanne, im Whirlpool, liegen unsere Gewinner und sie werden gleich ihre ganz gemeine Aufgabe bekommen. Du musst innerhalb von vier Minuten einmal rund ums Stadion rennen. Auf die Plätze, fertig, los! Eins und zwei und drei und vier und vier und fünfzig, vier und siebzig, neunzig, zweitausend sieben, ja so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft gemein werden wir Weltmeister sein. Und das ist das Finale! Das war echt krass. Aber du hast es geschafft! Oh! Extreme Summer. Egal wo, es ist deine Party. Only on Planet War Music Radio. My Summer Love.